Musik Hey, ich bin Joy. Ich nehme dich heute mit und zeige dir einen kleinen Ausschnitt vom Beruf der Gewebegestaltung. Es wird gezeichnet, entworfen, entwickelt, gemustert, experimentiert, geplant, berechnet, gezettelt, eingerichtet, gewoben, präsentiert und verkauft. Wir gestalten Gewebe von der Idee bis zum Sturm. Was wird wohl heute aus mir werden? Ein Kleid? Ein Kissen? Eine Tasche? Ein Vorhang? Ein Tischläufer? Nach unzähligen Schlägen und Streicheleinheiten wurde ich ausgerüstet und genäht. Tada! Ich bin ein Home Accessoire.